Ich habe einen Schapen des 5 Schwert und du nicht. Ist mir scheißegal, was du Schwerter hast. So, wie viel Holz brauche ich nochmal? Stein brauche ich, Holz, Eisen und... Ja, Julian. Ihr habt dir jetzt eigentlich einen Trichter gebaut? Keine Ahnung, habe ich schon mehr vergessen. Hast du den gebaut? Ich habe den gebaut, ja. Die hätte ich nicht gedacht. Heftig, ne? Ich merke gerade einen Fehler meiner Konstruktion. Luca, guck mal, ob wir Saplings haben. Alter, schau doch selber. Ich bin oben und farm Holz. Und ich bin gerade am Bauen. Scheiß bist du am Bauen. Aber ihr wolltet noch einen Tageslichtsensor, gell? Ja, wollten wir. Haben wir noch ein Ender-Auge? Ne, wir haben... Alter. Wir haben erstens keine Endermans, zweitens... Keine Augen... Es ist gerade Nacht draußen. Was ist Krieg? Äh, ne, aber es pissen. Jetzt springt ihr kackt Schafe, los. Ja, pissen bringt mir nix. Da kommen die erst recht nicht. Äh, doch. Achso, ja. Ja, normale Viecher spawnen beim Pissen. Spawnen bei Pissen. Das letzte verkackte Schaf kommt aus dem Drecksloch nicht raus. Ey, Nico, gibst die ja mal. Halt sie nicht raus. Ja, ich bin sofort da. Ah, Rückzug. Oh, ein Apfel. Ah, Rückzug. Ne, das sieht doch aus. Freigelaufen. Bin ich in der Kita-Stäbe im Leben. Freigelaufen. Wunderbar, ich hab mich in der Nähe von unserem Haus verlaufen. Hammergeil. Alter, richtig. Ja, erstmal F3 ausmachen. So. Da hinten ist die Scheiße. Julian, ich geh glaube ich gleich nochmal kurz Blumen farben. Du weißt ja, was dann passiert. Schafvergewaltigung? Nein, ich bewerf dich. Jetzt wird's grad nacht, oder? Ja. Aber es stimmt immer noch draußen. Er ist pisst. Zieh dir ne riesige Jacke an. Es ist halt ein echt, äh... Das Blumentopf dahin geklatscht. Was sollten das werden? Ja, das ist mein Haus, oder? Also, dein Haus. Meine Wohnung. Mein Appartement. Mein Etablissement. Ja, aber mein Appartement hört sich schön. Scheiße an. Wo ich meine, meine Freie empfinde. Da mischst du mehrere, mehrere Sprachen deswegen. Wieso? Appartement, okay. Ja, Appartement, ne? Aber Appartement geht auch. Äh, ja, du musst halt Appartement sagen. Weil Etablissement ist schon wieder was anderes, ne? Etablissement ist ein Häuschen. Aber was für ein Häuschen. Ein ganz kleines. Ja, Gott. Man kann riesen Gras züchten. Geil. Ja, kann man. Kannst auch andere Sachen züchten. Ja, dumme Kinder, so wie dich. Julian. Ich habe niemanden diskriminiert. Seitens, sie geht es sehr, wenn sie sich dumme Kinder sind. Und dann haben sie es verdient. Ich höre Zombies. Warum höre ich Zombies? Ich habe lila Dingens Blumen. Haben wir noch? Äh, weiter. Jetzt wollen wir pisten jetzt nur. Stein fehlt mir. Stein, ernsthaft. Ich habe ganz viele Steine in der Dinge. Ja, ja, ich habe jetzt auch Stein. Aber mir fehlt. Ich mache jetzt einfach mal 32 Pisten, ne? Äh, Alter, wie viel Stein willst du hier oben? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, fast zwölf 64er Stacks drin. Ja, ich habe jetzt auch genug Stein dabei. Jetzt hat mich diese Cobblestone fehlt. Äh, doch. Guck mal genau hin. Los, fick die Picher. Auch ein fucking Ende, man. Was brauchen die noch, damit sie wieder Grasfresser und Wolle nachbilden? Das war's. Krass. Guck, nicht so blöd. Hast du die schon ficken lassen? Ja. Das erste, was ich gemacht habe. Nein. Haben wir eigentlich ein Sandhorn? Das Sand? Ne, haben wir nicht. Ne, Gravel. Haben wir genug. Ja, aber Gravel kannst du nicht als Ding zu Glas machen. Kann er das nicht. Wollte er das? Ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Glas. Das hat mehr Sinn, irgendwie, ne? Da, 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 da. Ich sollte Redstone natürlich mitnehmen, wenn ich die Schaltung baue, ne? Wäre mal ne Idee. Ach egal. Also du hast ernsthaftes Wasserloch dazugebaut? Ja. Da darfst du's doch gern wieder anschaffen gehen. Anschaffen ist einschaffen. Wasser anschaffen, mein ich. So, nur drei Reihen wollen wir haben. Ich würd's uns noch eine dran klatschen. Ich finde du sollst die Folge dann Wasser für die Elefanten nennen. Oh, der Film ist schön. Und nur aus dem Grund, weil der Elefant ihm richtig geil den Elfenbein haue in den Kopf rammt. Und da einhörner sterben. Und da einhörner sterben. Erstmals Beulern. Sterben da auch Einhörner? Ja. Ganz viele. Ja. Ist voll das Happy End, gell? Ja. Für alle, die wissen wollen, wieso wir Einhörner aber betonen. Nö. Totweh gar nicht. Äh, Luca, wo bist du grade? Nicht hier? Ne. Was ist bei dir in der Nähe für Viecher? Was sind bei dir für Viecher in der Nähe? Gar keine. Sag gerade. Okay, hast du bei dir in der Nähe Sand vielleicht? Ja. Kannst du ein wenig von dem abbauen so? Habe ich schon. Ein paar Stacks? Ich brauche nämlich... Ja, ich habe... Das war nur so ein kleiner Teich mit Sand dran, ne? Da kommen keine paar Stacks raus. Ja, keiner holt mal einen Stacks Sand mit einfach. Ja, das habe ich schon. Ja, das passt. Weil, äh, wir haben keine Sticky Piston. Das heißt, ich muss den Scheiß auch mit Sand oder Gravel machen. Ich finde Sand aber schöner. Ästhetischer. Ja, nee, Sand will ich eigentlich brennen. Gravel kannst du da nehmen. Äh, ach so. Ja, stimmt eigentlich. Gravel... Where are you? Da hat's... Mann, der Typ hat Abi, Alter. Äh... Einmal da da... Du kannst Schulbildung nicht mit Logik und Denken vergleichen. Stimmt auch wieder. Ja. Ja, je nachdem, ne? Hm, du kannst intelligent sein ohne Abi zu haben. Ja, natürlich, das ist klar. Oder sonstige Schulbildung. Also ich meine, ähm, musst dir angucken schon, wie viele intelligente Leute es auf der Welt gibt, die kein Abi haben. Aber es gibt auch genügend Leute, die jetzt einfach Abi haben, äh, also eiskalt Abi haben. Und jetzt arbeitslos auf der, auf der Gosse, in der Gosse sitzen. Ja, und? Heißt, wie sie gekommen sind? Ja, eben heißt es halt nicht. Nee, eben heißt es nicht. Es gibt nämlich der Großteil von allen Pennern hier in Freiburg, die haben Abi. Nur halt... Das weißt du? Ja, das ist halt echt so. Nur weil's das ist. Hast du mir den? Oder hey? Nee, Reportagen gucken. Verdammt, was soll ich holen? Ach, klick's doch. Schwangerschaftstest. Testo. 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 Pih! Tero! ... und Leute, jetzt wollt ich aus욱 in Neva gehen, einfach mal so, äh... um ein paar, ähm, Dinge zu holen. Einmal, äh, wenig Quarz anschaffen zu gehen. Wir haben genug Quarz. ja trotzdem wo das level fahren gehen auch weil ich 28 bin so durchschaubar ja das ist ja das sind aus quads war warum baut man quads sonst ab genau und da kommen erst mal drei gas auf mich zu ja die sind die wohnen da töte sie amerikaner haben recht gute erfahrung mit leute die irgendwo wohnen zu töten um da neu zu siedeln oder das waren ja am anfang eigentlich nicht die amerikaner direkt muss man ja sagen die deutschen waren ja auch nicht das waren das waren die die engländer und die spanier kommen die deutschen in der weltgeschichte verkackt ne bisschen also da braucht man gar nicht mehr darüber diskutieren alle egal egal was jetzt was ist allein schon die kolonialisierung ich meine aber egal egal um was es geht wenn wenn du wenn du über deutsche redest dann ist das alles was alle sagen immer ja das finde ich eben ein bisschen ungefähr dass du das einfach uns immer vorhalten dass man das deutsche jetzt man das in deutschen immer vorhält ja vor allen dingen selbst recht ist ans blick gesehen haben es eine haft gab es war eine vage abgebildet auf der einen seite standen die ganzen juden auf der anderen seite standen halt weiß ich hier schwarze was was noch alle anderen minderheiten die irgendwann mal was erst habt mündheit jetzt gesagt du bist schon so durch die stadt hatte sie eigentlich auch auch gleich ausblieben ich lass es extra drin einfach mal ja warum warum solchen ausblieben wenn jetzt mal guckst andere andere leute haben in videos steht da auch jetzt nicht gesagt irgendwas ich muss den film echt mit demnächst mal wieder gucken also alter scheiße ich habe vergessen auf mein leben zu achten zweieinhalb herzen ich bin runter gesprungen mongo alter was luke ja das war ganz kurz schwerts schwert tauschen um zu sehen was es drauf hat ich will dir zeigen was mein schwert hat warte habe es eben im chat wo bist du oder julian soll ich dir mal zeigen kurz ja geht mal jetzt würde ich mir gut überlegen hat was du denn jetzt alter ja hat was danke fürs schwert gib zurück was willst du machen will ich töten ja mit was du und welche armee julian gib mir mein schwert wieder das würde ich jetzt nicht empfehlen haben wir jetzt sand eigentlich oder nicht ja das ist mein sand ich möchte meinen eigenen sand noch holen ja finde ich gar nicht cool weil ich brauche den für ok warum dann manche erdblöcke wieder kahl weil die die fressen weil die die fressen ah julian du musst auf eins achten mach ähm machen zwei zäune hin oder wo bist du ähm neben dir ein teil ist wichtig weil sonst fressen die dir einfach alles leck und dein spot ist nicht nach das ist mir auch schon mal passiert haben wir zäune ja netherrack die tanzerzäune ok das passt auch weil ich mach dir was das könntest du auch so nicht wegfressen ähm du machst einfach du weißt du du machst einfach ähm hast du hast du mir kurz vier erdblöcke mit gras drauf warte ich hab mir sowas anderes eingefallen lassen eingefallen lassen hab mir sowas anderes einfallen lassen du weißt dass die da ja eben du musst den zaun fahren machen weil die einen block hoch sind klatsch rein klatsch rein so geh drauf oder kommst auch nicht ran shit das sind meine premium meine spitzsacke ist kaputt gegangen so dreck scharfe lass dich mal immer ein bisschen bumsen luka wollen wir jetzt kurz mal äh soll ich dir kurz mein schwert zeigen ich bin grad am strip meinen das hört sich jetzt komisch an hh 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 hei hei lukaa soll ich dir mein schwert zeigen hh interessiert hah na dankie also wie mach ich nochmal tageslichtsensor lass mich nachdenken ich glaub ich brauch cobblestone ist gerade nacht oben oder kein plan jetzt muss der tagessicht verbauen ja deswegen let's try it einfach mal zack zack geht nicht dann fragen wir mal ganz kurz zum glück nehmen wir keine drastung auf minecraft wiki haben wir schon probiert das können wir echt was mit der leertaste geht es echt ich habe gerade fünf mal gefällt auf diesen einen block aufzuspringen wo es zu hause reingeht oben halte komm nach hinne ok bullshit nix mit stein eine höhle ja wenn du hilfe willst die zu erkunden dann ist dann gut teilen würde ich dir helfen ach so er stimmt dass das akzeptiert er nicht ich weiß du willst mir gerade richtig in die fresse aber nicht das ist so geil die fresse das ist glaube ich ein anti-aggressions video es ist ein agressions video das ist ja um damit du dich kontrollieren lernst kann ich nicht hi also kurz messer tauschen kurz zu sehen jolan hast du eigentlich gesehen was auf dem schwert drauf ist ja russi graben hat was ne warte du dich leben hast du echt genug nico voll zweieinhalb bei dir ja ich hab voll zwei erst mal auf erst mal auf a drücken wenn es hier ein hitloch gewesen wäre es traurig gewesen ja wir haben übrigens so ein ähnliches hitloch das ist das ja ich glaube ich mache mir so hitloch xxl wo du selber reinspringen kannst ja bitte mach es ne das nicht ich klatsch einfach irgendeins auf ähm alter ich glaube soll ich das echt machen das wär geil wenn ich jetzt hier was durch das durch das tier durchwerfen dann ok das hat ein anschlag das fände ich geil luka komm mal kurz her oder guck mal sie ist im brunnen hier ja ja schwer zu übersehen weißt du du wirst dann gehe ich auch hier so rein dann schilder schilder unten so acht schilder mehr braucht man nicht und unter